Liebe Gemeindemitglieder, liebe Erwachsene, liebe Kinder, ich darf alle sehr herzlich begrüßen. Unsere Schätze im Advent, so haben wir unsere kleine Videoreihe genannt. Ich möchte heute mit einigen Kindern, die bei uns sind, auf einen Schatz des Advents schauen, nämlich auf den Adventskranz. Ich denke, in allen Häusern steht er, die Kerzen werden angezündet. Ein schönes Zeichen, es wird heller, je näher wir auf Weihnachten zugehen. Den Adventskranz wollen wir betrachten, aber vielleicht etwas anders, als wir es gewohnt sind. Ihr seht und Sie sehen, die Kerzen brennen schon alle, aber sie werden nicht jetzt einfach brennen bleiben. Warum? Das hören wir in einer kleinen Geschichte. Und da sprechen die Kerzen, da muss man ganz still werden, damit man hört, was die Kerzen flüstern, was die Kerzen sagen. Aber damit wir es gut verstehen, haben wir eben einige Kinder aus unserer Gemeinde dabei, weil die uns das, was die Kerzen sagen und flüstern, deutlich zum Ausdruck bringen. Vier Kerzen brannten am Adventskranz. Und draußen war es ganz still. So still, dass man hörte, wie die Kerzen miteinander zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte, Ich heiße Frieden, mein Licht gibt Sicherheit. Doch die Menschen halten kein Frieden, sie wollen mich nicht. Ihr Licht wurde kleiner und kleiner und verlosch schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und sagte, Ich heiße Glauben, aber fühle mich überflüssig. Die Menschen glauben an gerade nichts mehr. Es hat keinen Sinn, dass ich brenne. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze war aus. Leise und sehr zaghaft meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen, denn die Menschen sind zu Egoisten geworden. Sie sehen nur sich selbst und sind nicht bereit, einander glücklich zu machen. Und mit einem letzten Auflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. Da kam ein Kind ins Zimmer. Verwundert schaute es die Kerzen an und sagte, Aber ihr sollt doch brennen und nicht aus sein. Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte, Hab keine Angst, denn solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen immer wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Mit einem kleinen Docht nahm das Kind Licht von dieser Kerze und erweckte Frieden, Glauben und die Liebe wieder zu leben. Man sagt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich finde, das ist so ein schöner Satz. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ohne Hoffnung können wir Menschen nicht leben. Aber natürlich muss man immer fragen, worauf setze ich meine Hoffnung? Oder vielleicht noch besser, auf wen setze ich meine Hoffnung? Und wenn wir im Advent sind, uns auf Weihnachten vorbereiten, ist die Antwort ja eindeutig. Wir setzen unsere Hoffnung auf Christus, dessen Kommen wir erwarten, auf dessen Geburt wir uns vorbereiten, auf das, was er in seiner Botschaft uns geschenkt hat, durch sein Leben, durch all das, was uns wichtig ist, wenn wir auf ihn schauen. Er ist unsere Hoffnung. Und ich bin sicher, dass dann, wenn wir aus dieser Hoffnung leben und diese Hoffnung weiterschenken, dass dann wirklich die Kerzen am Adventskranz, die ihr so schön dargestellt habt, uns gut begleiten können, jetzt noch auf der letzten Wegstrecke bis Weihnachten. Und so möchte ich mit einem Gebet schließen, dass diese Hoffnung Gott gegenüber zum Ausdruck bringt. Herr, wenn wir hoffen, dann träumen wir nicht. Wenn wir dir vertrauen, dann wollen wir auch nicht vor den Aufgaben fliehen, die uns die gegenwärtige Welt stellt. Denn hoffen ist mehr als bloß warten, mehr als sich überraschen und etwas auf sich zukommen lassen. Hoffen heißt, die Zeit, die wir in unserem Leben haben, nützen und reich machen durch eine sinnvolle Lebensgestaltung. Sich bereit machen für eine neue Welt, die du uns schenken möchtest. Dahin schauen wir voraus und hoffen. Du bist uns dabei Vorbild, Zeichen und Weg. Du bleibst uns lebendig vor Augen in Menschen, die auf deinen Wegen sind, deine Liebe tun und die Hoffnung leben. Für diesen Mut zum Hoffen und den damit verbundenen Beginn einer neuen Wirklichkeit erbitten wir deinen Segen. Für uns, für alle, die uns zuschauen, für alle Menschen, an die wir denken. Ja, und in diesem Sinne wünschen wir, Gerda, Clara, Fiona, Mia und Paulin und ich allen noch eine frohe, besinnliche und gesegnete Adventszeit. Für uns, für alle, die wir denken. Für alle, die wir denken.